ja Hallo liebe Leute hier ist wieder der Einemann von Platin Games HD heute spielen wir Black Ops 2 6 5 4 3 2 3 und heute wir sind die Nachbarkeit heute ist frei für alle die Kürt die Sporne wieder sogar diesen Blatt 2 geholt und schon ich habe mir die Waffen mitgenommen das habe ich schon ich hab schon sehr lange nicht mehr gespielt der beste wo ist jetzt hin alter dass ich den noch geholt hab ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben welchen Modus ich spielen soll alter ja hammer dich dich auch Mann, wie stellst du mir die Killschreaks nochmal ein weg die Sau war das oh da ist scheiße muss ich erstmal schauen wie ich die Killschreaks einsetze boah war ein bisschen im Rückstand auch noch von hinten schon wieder Mann, das hat grad so gut angefangen das ist übrigens meine erste Runde Black Ops 2 heute mal Alter willst du mich eigentlich verarschen Na das ist halt hier Alter der hat schon 10 Kills und mit der PDB Oh gut, ich will da hin. Das würde ich nicht drehen. Ich spiele sie übrigens mit Schaft, Laser und schnellem Magazin. Ich hasse es, wenn du mein Radar fliehst. Ich komme weg. Ich bin gerade ein bisschen konzentriert. Ich will mal die KSG. So. Da haben wir die Drohne. Ja, es ist eine Kanto-Drohne, ich glaube. Und genau, wenn ich meine Drohne rausheiße, ist eine Kanto-Drohne. So cool. Alter, das sind schon 28 Kills. Ich muss mich ja nicht verarschen. Das ist ein Biest, Alter, der Erste. Oh man. Äh, ja. 14-7 war eine kurze, schnelle Runde. Aber egal. Sie war gar nicht so schlecht. 14-7. 2-AKD. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte schreibt in die Kommentare, was für ein Spielmodus und mit welchen Klassen ich spielen soll. Und bis dann. Tschö.